so da bin ich auch wieder schon ein paar sachen umgestellt also die probleme an manche haben probleme im spiel manche gar keine und ich gehöre leider dazu wahrscheinlich wo probleme haben gerade zwischen den sequenzen ton auch hatte ich auch schon ein bisschen gemerkt aber okay jetzt sollte es eigentlich stabil sind hat er ein themen zu spannen eine strohpuppe ist robuster als die andere dort drüben findest du noch mehr pfeile liegt gut in der hand ich habe ihn hart gespannt schießt noch einmal cool bohens schon geil gut was ist denn die soldaten wollen dich holen los komm schnell sorgt dafür dass niemand dieses haus lebend verlässt wir wollen nur mit der reden nomak rothiak wurde ermordet womöglich war dein freund der major beteiligt komm raus wenn du seinen namen reinwaschen willst hinterhalt vorbereiten scheiße wenn sie die briefe bei mir finden dann werde ich hingerichtet sei unbesorgt ich töte sie alle viel glück was war das wer ist da bleib unten hat den hormones er kommt uns zu nah jetzt erledigen wir den rest damit wird er nicht rechnen augen auf lass die leichten nicht so offen rumliegen passt jemand auf die nordseite auf hier wird ihn keiner sehen ja ich werde mich von hinten anschleichen beim großen reh sie dürfen mein haus nicht auch noch niederbrennen bayek und überrumpelt heute nichts eh hat hey was sterbt du warm So. Schmufft Sucker. So, was haben wir jetzt? Tötet die Soldaten. Da ist noch einer. Geistlich in Stücke. Höpziffer! Hilf mir hier mal! Ohne ein Schild. Das war ein bisschen angewöhnen. So. Das war's wohl. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Medjay-Pflichten in Siva. Medjay sind anscheinend... Siebers Probleme sind hier. Es ist ihnen. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ah, Kniescheib ist ganz eklig. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mach ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, Benepe kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senu hilft dir zu finden, was du brauchst. Senu? Senu lebt noch? Sieh mal einer an! Senu, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehnen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Ja, komm. Was kannst du, mein Freund? Moment. Oh. Cool. Mein Fähigkeitsbruch. Quests. Stufe. Aufrüsten. So, die verfolgen wir jetzt. Dann haben wir Ausrüstung. Fähigkeiten. Fähigkeiten haben wir gerade. Oh, was hole ich denn da? Ja, so nicht zu gehen. Also gehen zu lassen. Okay. Ah ja, das hier Tag, Nacht. Brandbombe. Nebelwand. Das sind alles so Tricksereien. Hm? Du kannst dir einen Stellenstreitwagen kaufen. Boah, coole Scheiße. Wo fangt sie an? Meisterjäger. Kann mehrmals orientiert werden. Oder ich fange mit Meisterseher an. Mit den Schaden aller Hilfsmittel. Giftfeil und so. Benutze ich glaube ich. Oh, da. Ich weiß es nicht. Das habe ich nicht erlernt. Höchstleistung. Wenn du einer Reine voll ist, kannst du mit RB und RT. Entfesseln. Okay. Entfesseln. Gegner. Sandorte. Kopfschuss. Pfeilsammler. Okay, das ist natürlich auch gut. Okay. Setze ich alles gut an. Zusätzlich EP, zusätzlich EP. Und danach. Ah, da gehe ich da hin. Das quält man nämlich gut. Ah, ich musste erst das da hin. Ne, das habe ich nicht. cool weil ich gehen auf bogen und auf die jagd ich brauche leder stecke ich dich noch mal weg cool soo Brustschutz muss ich herstelle wo muss ich da hin was ist das goldene hier jetzt muss mal gucken was das heißt versteck schnell reise hier eisenschmieden ich denke das ist es auch wenn du helfen willst auf meinem tisch sind einige gesuche ja klar ich will alles er würde nicht aufgeben die quelle in der amanai höhle ich kenne sie ich sehe mal nach wo ist denn hier weiches leder harina trinkt weiches leder wo ist der pupsbär warte mal ich will ich will kam ich will doch kamel ich gucke mir da nicht noch einer montur oder bei jigs wauw Drei Mal? Oder was brauchst du? Fünf Mal. Mit einem Adler die Sachen hier rauszufinden, das ist ja schon mal geil. Was ist mein Adler jetzt irgendwo? Da müssen noch mehr rauskommen. Weisches Leder und was was anderes. Ich kann hier nicht sprinten, wie es aussieht. Was ist mein Adler? 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 Das ist nicht dein Adler. Die units hat das da. Das wird reichen. Dank Nate. Göttin der Jagd. Geiler Scheiß. Oh. Oh, bleib stehen stehen, mein Freund. Oh, bleib stehen stehen, mein Freund. Oh, bleib stehen stehen. Oh, bleib stehen stehen, mein Freund. 기 burgers.